Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fahrenheit. In der letzten Folge haben wir mit Tyler und Carla ein bisschen im Ringkampf geboxt, ja im Boxkampf geringt. Sind jetzt hier mit Carla und Tyler wieder im Polizeipräsidium. Tyler soll ein bisschen in den Irrenanstalten rumtelefonieren und sich das Buch angucken, was man ja bei dem Mord gefunden hat, was sich da Lucas Kane durchgelesen hat. Und mit Carla sind wir jetzt im Polizeipräsidiumskeller, schätze ich einfach mal, da wo die ganzen Akten sind. Müssen jetzt nach dem Mordfall Kirsten suchen, irgendwo im 1985er Bereich, schätze ich mal. Das Problem ist, die Gude hat Platzangst und wir müssen, während wir uns diese Kassette raussuchen, immer gucken, dass die Gude auch atmen kann. Ansonsten verreckt die hier noch. Naja, eigentlich nicht, die rennt dann panisch raus und das ist sehr... Ja genau, das ist sehr nervig. Wir haben jetzt hier eine Kassette rausgesucht und hoffen einfach mal, dass es die richtige ist. Wäre ein bisschen doll, wenn es die jetzt wäre, so praktisch am Anfang des Parts. Hm, nichts zum Fall Kirsten. Wo ist die falsche Kassette? Nö, 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 nö. Aber ist ja egal, da ist ja noch ein bisschen mehr im 1985er Bereich. Moment, das ist... Das ist ja, das ist 1985 hier, verdammte Scheiße. Gucken wir einfach mal ein bisschen. Das war doch irgendwie, oder war das 1992? Ich hab doch keine Ahnung, hier ist noch ne Kassette. Mein Gott. Weißt du, da will man so voll der Büromensch sein und dann findet man... Dann findet man seine eigenen Akten hier nicht. Aber gut, ich hab das Datum vergessen, das ist das Problem. Wenn ich's wüsste, wär's einfacher. Hm, nichts zum Verkästen. Muss die falsche Kassette... Aber Moment, sie hat gesagt im 90er Bereich. Die 90er haben ja zwischen... Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die 90er zwischen 1990 und 2000 stattgefunden haben. Also, äh... Ja, also ich denk mal nicht, dass... Ja, die 80er gehen von 80 bis 90. Na klar, oh Gott, okay. Gucken wir mal im 90er Bereich. Auch wenn ich der Meinung bin, dass ich ein 1985 gelesen hätte bei dieser E-Mail. Da war's vielleicht gar nicht mal so schlecht. Naja, es ist... Theoretisch hätte es was bringen können, weil wir haben uns ja das Postfach von Carla angeguckt. Da stand ja was, aber gut. I don't care. I don't care. So, wala, wala. Kommen wir mal ein bisschen mehr Zeit. What the fuck, the fuck, the fuck. Ähm. Ja, du, Kumpel. Ich... Achso, 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 okay. Müssen wir das Ganze erstmal wieder nach rechts drehen. Rechts! Damit wir das andere auch nach rechts drehen können. Irgendwie war das nicht so... Oh Gott. Der Strom. Der Strom macht mich fertig. Ach, guck mal hier. Hier, guck mal lang. Ich schätze mal, die Scheiße steht hier ja nicht umsonst. Kann ich da? Ich komm gleich nicht durch. Oh Gott. Ja, 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 ja. Bewahr mal die Ruhe. Das hast du schon zum zehnten Mal gesagt. Ja, 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 ja. Also shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. Weniger denken, mehr atmen, verdammt. Man atmet ja unbewusst. Aber wenn man dran denkt zu atmen, dann atmet man irgendwie, keine Ahnung, voll komisch auf alle Fälle, ähm... Das ist alles noch 1985er. Ich muss da hinten irgendwie ran. Aber wie soll ich das Ganze machen? Egal. Ich guck einfach mal hier noch so. Vielleicht ist ja... Vielleicht haben wir ja Glück. Da wären die Akten, die mit Kabel gehen, mit... Ach nee, oder? Oh, oh Gott. Boah, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Oh, die fucking shit. Ähm... Nein, theoretisch müsste ich da irgendwie anders. Aber egal. Wir gucken uns einfach mal die Kassette hier an. Äh... Nichts zum Verkissen. Nö. Du musst die falsche Kassette. Ja, 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 ja. Du musst die falsche Person für diesen Job hier sein, verdammt. Ich glaube, wir haben uns so... ein bisschen gehört. So, wie komme ich da, wenn ich schiene? Ich müsste ja irgendwie... Irgendwie steht mir da ja alles im Weg. Nicht so... Ich muss da irgendwie hin. Aber wie soll ich das machen? Dann muss ich erst mal wieder das... Aber das... Haben wir doch eben probiert. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Weil da oben so eine hässliche Barrikade ist. Genau, da ist die. Dann drehe ich das jetzt mal nach links. Dann ist hier eigentlich... Oh... Äh... Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Doch, Tatsache, das geht. Ja, das geht in dem Sinne. Aber ich kann doch hier nichts... Äh... Ah ja, ich check's. Ich hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier... Ähm... Oh, ist das umständlich. Okay, machen wir erstmal die Scheiße wieder. Ja, ihr werdet's gleich sehen. Ähm... Dann machen wir das hier wieder nach rechts. Hallo? Dankeschön. Ja, ich weiß, dass es schon wieder losgeht, Franz. Einmal im Monat. Ich hab's kapiert. Ja, 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 so. Und dann machen wir das nämlich nach links. So. Dann ist da nämlich frei und dann gehen wir hier wieder zurück und können das dann nach rechts drehen. Vorher müssen wir das Ganze natürlich hier erstmal wieder nach links drehen. Das andere dann auch nach links drehen und so. Also das selbe, was wir eben getan haben. Du hast hier jetzt da hinten dieses Scheiß da und so. Und ja, ich denke mal, ihr habt's... Ihr habt's mitgekriegt. Verdammt. Oh, diese R1-Tasten. Oh Gott. Meine Herren. So, genau. Muss ja auch wieder genau, genau der 19-Runde abreich. Da muss natürlich wieder ganz hinten liegen, ne? Ihr könnt mich mal. So, Moment. Kleiner Dateien-Split an der Stelle. So, ne, gucken wir mal. Wir haben hier aber auch zwei Kassetten. Ich nehm einfach mal die hinterste. Kann ja nicht schaden, ne? Wurde es wahrscheinlich sein. Genau die, die letzte, die... Ja, ja, muss mit K beginnen. Beginn, das hat sie jetzt schon zum hundertsten Mal gesagt. Dot, 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 dot. So, biete. Oh, Error, Fail. Kaputt. Das müsste es sein. Ah. Dankeschön. Die Datei ist leer. What? Kein Bericht, keine Beweise. Rein gar nichts. Sekunde. Hier steht der Name des die Untersuchung leidenden Kommissars. Robert Mitchell. Okay, ich schätze mal, wir müssen jetzt Robert Mitchell aufsuchen. Kamala wollte, dass ich irgendwas über das Buch aus dem Lokal rausfinde. Sie meinte, es könnte uns vielleicht auf die Spur des Täters führen. Ich würde mich bei den Kollegen holen und gereden das Buch an die Quariate eines gewissen Tapio. Oh, ich habe jetzt absolut kein Wort verstanden, zumindest von den letzten, äh. Oh, ihr habt doch einen Schaden habt ihr. Äh, anbel... was... Budget... Kliment... Ja, whatever, I don't care. Ist jetzt, äh, ist das jetzt hier die, äh, sind das Autoren gewesen oder was? Das ist jetzt hier irgendwas, ich habe keine Ahnung, ich orientiere mich an die Kameraperspektiven und die haben mir gesagt, dass ich jetzt mit den Typen reden soll und mir den Schlüssel holen soll. Ah, ist das, ist das blöd, ist das blöd. Hi! Äh, Husten. Das kann ich am besten. Äh, 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 äh. Suchen Sie was? Meine Porno-Kassetten! Das ist der aus Pokémon. Du musst mir entschuldigen, wenn ich, äh, dir hab warten lassen. Äh, 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 such in meinem armseligen Geschäft ist große Ehre. Ich heiße Takeo. Äh, 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 sag mir, äh, was kann ich tun, um Freude dir zu bereiten? Verrückt! Der Typ sieht aus wie der alte Chinese von Gremlins. Während ihr mir gleich eine Schachtel mit einem Monster schenkt, nehm ich die Beine unter den Arm. Ich hab beim Aufräumen im Keller dieses alte Buch gefunden. Ist das vielleicht was wert? Ah, äh, äh, da, äh, verfüge ich leider nicht über ausreichendes Wissen. Äh, äh, meine, äh, mageren Kenntnisse erstrecken sich nur auf die Bücher, die ich, äh, äh, verkaufe. Das ist aber auch viel. Da weiß aber auch viel, äh, 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 Polizei. Nun, in Wahrheit bin ich bei der New Yorker Krepo. Du, Einwandereramt, du mein Geschäft auflösen. Alle Papiere und Familie sind ganz, ganz, ganz legal. Du überprüfen, kein Problem. Okay, okay, relax. Ich will Ihnen doch gar nichts. Kein Untersuchungsbefehl? Dann raus hier. Hier. Das ist Privateigentum. Noch dümmer hätte ich mich kaum anstellen können. Können Sie es nicht mal ansehen? Solche Bücher haben Sie bestimmt schon gesehen. Ah, oft schon, ja. Ah, aber, äh, mir leid tun. Ich nicht dir helfen können. Trotzdem danke. Ein Versuch war's wert. Toll. Das sind sie wieder. Sie sehen voll schlau aus, aber haben irgendwie doch keinen Plan, ja. Warte mal, da war doch trotzdem was mit dem Schlüssel. Schlüssel, El. Give me that. Wo, wo war der? Ich hätte gern mal wieder... Ah, danke. So kann ich die Kameraperspektive ändern. Das war auf irgendeinem Tücher. Tüchi, Tüchi. Oh, dieser, dieser Bereich der Lektion wieder. Ich habe auch nur 38, 36 Frames. Oh. Ah, äh, vielleicht ich doch kann was für dich tun. Na, ich möchte keine China-Fan haben. Aber trotzdem, danke. Mein Kunde hat seltenes Buch bestellt. Seit heute Morgen, ich danach suchen, aber ich nicht finden. Du, das Buch finden. Dann ich dir erzählen, was du willst wissen. Und wie sieht es aus, das besagte Buch? Ganz einfach. Ist die gleiche Kollektion wie das hier. Okay, dann will ich mal suchen gehen. Bring dem alten Waisen aus den Bergen den heiligen Diamanten zurück. Und er wird dir den magischen Talisman geben. Man könnte das mal nicht selbst von einem Video spielen. Tja, kann ja nicht so schwer sein, ne? Ich meine, es ist recht eckig. Hat viele Seiten. Äh, ich, ich glaube, das ist Meister Yoda. Meister Yoda in echt. Ne? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, wofür jetzt eigentlich der Schlüssel? Ist das überhaupt ein... Das ist, das ist gar kein Schlüssel, ne? Äh, oh Gott, Leute. Ist jetzt nicht euer Ernst. Äh, äh, wie hieß das Buch nochmal? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ähm. Fuck. Kann ich nicht? Nein. Na, what the... Nein. Raus da. Ähm. Irgendwie... Buch angucken. Kucki, kucki. Oh Gott. Wohin hieß das nicht? Das Buch des Diamanten oder so? Kann ich dich nochmal an? Oh, ja. Oh, ich hasse solche Rätsel. Rät mit mir. Sie haben den falschen Mann für den Job. Hallo. Alter Mann. Ich rede mit dir. Oh Gott. Ähm. Das... Deh, 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 ich hab doch keine Ahnung, man. Ist mir jetzt egal. Ich geh jetzt auch so, wie ich's auch im Real Life machen würde. Ich mach mich jetzt einfach blind auf die Suche. Also, was ist denn das? Ist das ein Haar? Wenn das Buch des Diamanten hieß das so? Oder hab ich jetzt irgendwas? Bring ich jetzt irgendwas durcheinander? Das ist immer. Man probiert sich dann auf sowas zu konzentrieren. Und dann hört man wirklich zu. Aber im Nachhinein irgendwie... Ähm. Wenn diese gottverdammten Charaktere nicht immer um der Wand kuscheln würden. Das... Ich geh jetzt einfach mal aus, dass das Buch... Das Buch der Diamanten hieß. Irgendwie sowas. Ach, guck mal. Die sind ja sogar richtig mit Farben. Oh. Ich schätze mal, ich laufe jetzt hier einfach irgendwo lang. Und dann da, wo ich's eintippen kann, da ist es dann. Ich hoffe's. Ich hoffe's. Da, 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 da. Da, 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 da. War ich... War das vorhin Buchstabe? Oder war das einfach... Oh, hör auf mit der Wand zu kuscheln. Nö. No, da. Das wut doch nix. Das wut doch nix. Oh. Kann mir mal einer sagen, wie das Buch hieß? Heilige. Guck mal mal hier rauf. Vielleicht sagt er uns ja was. äh äh sind da irgendwelche Namen ich kann damit irgendwie nicht wirklich was anfangen wahrscheinlich ist das gerade wieder voll simpel aber what the fuck war ich hier schon ich kann mich nicht erinnern, zu viele Bücher die Bücherei ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsort ich dachte erst, das wäre noch ein Bereich von der Polizei aber nein, das ist hier irgendein Alter, diese Wand diese, diese, diese Säule, sie ist magnetisch verdammt ahhh irgendwie seit diesem Stealth-Action-Game abschnitt, nervt mich das Spiel, irgendwie so ein bisschen ähm ich konnte doch, konnte ich nicht ja, hier, guck mal guck mal, du konntest gerade mit dem reden alter hallo wenn das Buch, das sie suchen tausende alter Bücher was hier muft's nach Staub und alten Papier wo er wohl die Comics hat alter, hab ich jetzt den Hinweis über klickt wie, heißt noch gleich der Spruch mit dem Heuhaufen ja, nee wenn das Buch, das sie suchen hier nicht ist dann gibt es das wohl auch nicht äh, haua, 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 haua okay wir gehen das ganze mal wieder probieren das ganze logisch anzugehen äh, Moment hier konnte ich was machen tausende alte Bücher okay ja, 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 ja okay, ähm das Buch des Diamanten hat ich recht äh dann müsste ich ja abc.de äh ja, ähm Ich meine, wenn das Das Buch des Diamants Wenn das das mit drin ist Dann müsste ich ja nach dem Weißen gucken, oder nicht? Irgendwie sowas? Irgendwie so? Merkt euch das, Leute Schickt Ravon niemals in eine Bücherei Das geht nur schief Was ist hier? Hallo? Verarsche mich nicht Da war gerade was Da war gerade was Alter, ich hau dich Achso, hier dann Okay Ja, ja, ja Da hast du vorhin schon die ganze Zeit Irgendwas Oder ist das der? Das ist der Schlüssel! What the fuck? Was hat der da in der Hand? Hä? Ich check's gerade nicht Bewegen Sie die Lupe Mithilfe des Lincoln Analog Sticks William Shakespeare Der Sturm Ja, das ist ja das Buch, was wir die ganze Zeit Ne, Moment Ja, klar Das ist ja das Buch, was wir dann Äh Ich komm gerade überhaupt nicht klar Äh Lavin und äh Alabasha Badabada Badabada William der Sturm, ja Kann ich jetzt 30.000 Bücher Kann ich jetzt das ganze Buch hier lesen oder was? Hier steht erstmal Gar nix Oh Gott Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hä? Ein fetzen Papier Sieht aus wie ein Computer ausdruckener Zahlenliste Und es ist dir noch gefallen Muss ein Lesezeichen gewesen sein Guck ich mir im Büro an Habe ich das Rätsel jetzt schon gelöst, oder was? Ich, Moment Fassen wir nochmal zusammen Wir sind da hingegangen Um was über dieses Buch zu wissen Wie wäre man, dass wir ein Buch hier irgendwie Ach so, das ist eine Lupe, das ist kein Schlüssel Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, what ever Whatever Give me the book Give me the book Give me the book Give me the bug Nein, nein, nein dodge, no, oh Gott Nein, 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 nein Oh Gott, nein, 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 nein Oh Gott, nein, nein, nein Geh zurück Jo, geht zurück Geh zurück Geh zurück Na, doch sé, geht's zurück Geh zurück Geh zurück Geh zurück Machs runter Machs weg Das hält mich bl ăn f было Ja, genau Er bewegt sich Und dann kann er die Lupe trotzdem noch und nimm, nimm das Buch. Nein, er hatte das Buch ja schon in der Hand. Ich hab's vergessen. Nein, 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 nein. Machst du einfach weg. Plus und dann aus und dann... Ja, genau. Das Buch hast du in der Hand? Nein, rechts, rechts, rechts. Dankeschön. So, das ist ja immer noch das Buch, was wir da irgendwo einseitieren müssen. Wir waren ja immer noch bei... Bei... what the fuck, was war das? Woher wohl die Comics... Na, haba, haba, haba. Äh, sagen wir hier noch irgendwas? Äh, das ist bestimmt oben irgendwo. Ich hasse es, ich hasse es gerade. Ich hasse das gerade so übelst. Okay, das Spiel floppt gerade nicht. Aber da klingelt es schon, das Handy. Das Spiel floppt gerade nicht, weil es so unrealistisches oder da irgendwas passiert, was nicht passieren sollte, sondern einfach, weil es total langweilig ist. Und, ja, ich weiß auch nicht. Schlimm. Schlimm das Ganze. Wir gucken dann beim nächsten Mal, ob wir dieses verkackte Buch finden, ne? See ya!